Was geht ab Leute? Ich bin der Theo. Ich bin's der Beni. Zusammen sind wir 933. Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie alle Leute, alle fleißigen Zuschauer bei uns schon mitgekriegt haben, haben wir die Freak Kickers rausgefordert auf eine kleine Challenge hier. Wir werden uns auch auf jeden Fall in nächster Zeit auf den Weg nach Dortmund machen und mal schauen, ob ihr zu Hause seid. Vielleicht finden wir die Klingel vielleicht nicht. Wir sind auf jeden Fall hier, um euch jetzt zu zeigen, was wir mit den Leuten vorhatten. Unsere Challenges zeigen wir jetzt mal. Wir wollen euch auf jeden Fall zu drei oder vier Challenges herausfordern. Ihr könnt euch aussuchen, zu was. Schreibt uns sogar zu was, auf was ihr Bock habt. Wir sind bereit zu allem. Deswegen würde ich auch sagen, wir stellen nochmal kurz unser Torwart vor. Wir haben heute einen guten Freund mitgebracht. Das ist der Nico. Der ist heute unser Torwart. Der ist auch Futsal-Torwart. Ist sehr, sehr stark auf kleinen Toren. Deswegen wird es heute auch wieder sehr, sehr interessant hier. Lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert, schreibt, was ihr sehen wollt. Und ja, ich würde auch sagen, wir fangen an. So, und damit steht schon mal 1-0 für mich nach der ersten Runde. Verstehen wir jetzt, worum es geht? Ja, und der Torwart hat ihn! Ja! So wichtig, Nico! So wichtig! So wichtig! So wichtig! Wenn ich jetzt noch mal gesprochen habe... Bis rein! Ja, okay. Bis rein! No! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Der hat ihn sehr gut. Start, Mann! Mal den ganz frischen. Ich schieße ihn jetzt einfach rein. Ey, lass den Jungen labern. Steht eigentlich so für mich. War stark, war stark. Man muss auch können. Aber hier sind Leute auf unserer Seite auch nicht. Geht mal auf, wie ein richtiger Hartplatz hält. Weih! Weih! Ja! 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 Was war denn das? Ja! 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 Ich schieße mal auf, wie ein richtiger Hartplatz hält. Hahaha! Ja! Das machen wir natürlich extra. Das war im Führung gehen. Das war im Führung gehen. Das war im Führung gehen. Ja! 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 Der hat sich ausgetanzt! Aber der Schuss dann! Ja! Hallo! Hallo! Ja! Ja! Und den macht der ganz, ganz trocken aber auch. Ja! 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 Sobald jetzt einer trifft und der andere mischt, ist das Spiel hier vergessen. Niko! Dauert! Ja! So, jetzt kommt es ja auch zum Golden Goal! Sobald einer trifft und der andere mischt, ist das Spiel hier vergessen. Okay, dann Bonne Chance! Bonne Chance! Nico! Kommt! Kommt! Komm Junge! Nein! Ja! Nein! Nein! Okay, Leute! Der billige Kreisliga-H-Spieler trifft jetzt! Ich hätte doch einfach schießen sollen! Was? Was? Ich weiß nicht, was ich da versuche! Nico! Ja! 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 machen wir uns keine Sorgen. Wir sind bald in Dortmund. Jetzt gibt es erstmal die 16er Challenge von hier. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Ball im Mülleimer anpacken? Also, das war der Ball, der eigentlich im Müll war. Jetzt war er wieder auf dem Platz und danach in deinem Gesicht, damit wir nicht mitgeschmissen werden. Wir müssen jetzt fühlen, wir fühlen den Drip machen. Eingeschweißt. Jetzt liegen wir sanig. Der war on! Der war on! Wahnsinn! Der war nice! Ja! 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 Ja!